Musik Wir befinden uns gerade im Alpenzoo und wir sind heute Morgen hier angereist und machen ein Foto fürs Theater. Das heißt, also erstmal früh aufstehen und dann bin ich in die Maske und dann sind wir erstmal bergauf gegangen. Und haben natürlich dann gemerkt, ja stimmt, die Steinböcke sind ja oben, logischerweise. Ja, aber es war total aufregend, weil es waren riesige Geier und viel Getier, was man sonst nicht sieht. Und was super am besten heute ist, dass das Wetter so schön ist. Also das ist sehr schön, dass man mal rauskommt, aber es ist ja nicht so, dass ich meine komplette Freizeit im Theater verbringe. Ich bin auch schon mal ab und zu draußen. Musik 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 Musik